Hallo und herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich zeige euch heute, wie ich diese Karte gebastelt habe. Ich nenne die Technik, die ich hier verwendet habe, die Drei-Lagen-Technik. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt doch einfach dran. Alle Maße findet ihr wie immer in der Infobox, denn wir brauchen heute doch einiges an Papier. Ich habe als erstes eine Karte in so einem Vanille-Beige-Ton in der Größe 17 x 10,9 cm. Dann ein passendes Designer-Papier in der Größe 16,7 x 10,6. Das Ganze ist jetzt 3 mm kleiner, damit man einfach nachher noch diesen kleinen Rand auf der Karte sieht und nicht einfach alles mit dem gemusterten Papier verdeckt ist. Dann benötigen wir drei Stücke in einem vanillefarbenen Karton. Ich habe mich jetzt einfach so ein bisschen an der Farbe der Karte orientiert und die sind 6 x 10,7, 6 x 10,12, 12,7, Entschuldigung, und 6 x 14,7 cm groß. Und als Auflage dann weißen Karton und der ist jeweils 5 mm kleiner, also 5,5 x 10,2, 5,5 x 12,2 und 5,5 x 14,2 cm groß. Dann habe ich mir heute einige Stempelsets ausgesucht. Wer oder ich gestalte die Karte ja hauptsächlich mit Blumen und Blättern. Das heißt, ihr seid wieder völlig frei. Ihr könnt auch ganz andere Motive nehmen. Ich habe mich jetzt für das Stempelset ganz liebe Grüße und zwar hier einmal für die große Blume entschieden. Dann habe ich mir von diesen Blumen aus dem Set für immer eine Blume herausgeschnitten, damit ich einfach am Ende die kleinen Freiräume noch bestempeln kann. Aus den blühenden Worten habe ich mir das herzlichen Glückwunsch genommen und ganz leicht für den Hintergrund diese große Blumenranke und aus allen meinen Geburtstagsgrüßen noch diese Blume und ebenfalls das Blatt. Und hieraus habe ich auch noch das Blatt verwendet. Aber wie gesagt, ihr seid völlig frei in eurer Wahl. Das ist einfach das, was ich jetzt habe und was ich fand, was gut zur Karte passt. Dann brauchen wir drei Millimeter Formpads, Flüssigkleber und eine Klebemaus. Und an Stempelfarben habe ich mir einmal schwarz für den Spruch ausgesucht. Dann insgesamt drei Rosatöne oder Pinktöne, einfach ein bisschen gestaffelt und zwei Grüntöne. Und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes nehme ich mir meine drei weißen Stück Cardstock und auf das mittlere mache ich hinten etwas Kleber mit der Klebemaus, nur ein ganz bisschen, damit ich das Ganze jetzt hier temporär befestigen kann. Ich achte einigermaßen darauf, dass es gerade ist und dass der Abstand an den Seiten ungefähr gleich ist. Na, da muss doch nochmal ein bisschen Kleber drauf. Das hält noch nicht so gut. Macht da wirklich nicht zu viel, sonst kriegt ihr das am Ende nicht mehr ab. Tastet euch, da könnt ihr euch einfach rantasten. So, und mit dem Kleinen wiederhole ich das jetzt ebenfalls. Und jetzt nehme ich mir einfach zur Vorsicht noch eine Stempelmatte. Das sind zwar jetzt Gummistempel, aber es ist doch einfach nochmal gut, wenn man eine weiche Unterlage hat und ein Schmierpapier. Und dann fange ich an mit der großen Blumenranke und meinem Hellrosa. Und weil das jetzt ein relativ großer Stempel ist, mache ich den Stempel nicht aufs Stempelkissen, sondern andersherum. Und jetzt ist wichtig, stempele ich das Ganze zweimal ab und gehe dann erst auf meine Karte. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz fein. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Das soll auch wirklich nur dazu da sein, den Hintergrund ein bisschen, ja, schon mal zu gestalten. Und das Ganze wiederhole ich jetzt nochmal. So, und dann können wir gleich bei dem Farbton bleiben. Jetzt nehme ich mir die größte Blüte, die ich habe, und nehme nochmal die gleiche Farbe. Und diesmal stempele ich nicht ab. Und worauf man jetzt achtet, ist, dass man die Stempel auch gut über die Übergänge und nicht nur auf die einzelnen Paneele verteilt. Damit kriegt man nachher einfach einen deutlich schöneren Effekt. Stempelt auch gerne über den Rand, hier an den Seiten und oben und unten hinaus. So, und was ich jetzt vergessen habe, was aber nicht schlimm ist, ist mein Spruch zu stempeln. Am besten ihr fangt damit an und nicht mit dem Motiv. Dann nehme ich mir jetzt einfach mein Schwarz und setze das mittig auf das letzte Stück Papier. Gut, andrücken. So, und jetzt haben wir einfach die Sicherheit, der Spruch ist da und wir können alles drumherum gestalten. Jetzt nehme ich hier die nächste Blüte, und ein etwas dunkleres Rosa, und setze diese Blüte auf. Ich achte dabei darauf, dass ich jetzt den Blumen nicht zu nahe komme, damit ich einfach die Blätter nachher noch gut verteilen kann. Und dann geht das auch schon an die Blätter. Ich nehme mir jetzt erstmal das Größere von den Beinen und stempele das in meinem dunkleren, grünen Ton. Hierbei achte ich jetzt ein bisschen darauf, dass der Zweig so nah wie möglich an der Blüte ist, wenn ich eine Blüte in der Nähe habe. Aber man kann es natürlich auch gut an den Rand stempeln. Als nächstes nehme ich mir das hellere Grün und mein kleineres Blatt oder meine kleineren Blätter und setze die an die kleinere Blüte heran und auch mal, wie jetzt zum Beispiel hier, noch viel Freiraum ist, einfach auch mal so auf die Frierung. Und ihr seht auch schon, hier teilweise ist der Stempelabdruck gerade an den Kanten nicht so gut, da wir aber den Vanille-Cardstock noch drunter legen, wird man das am Ende nicht großartig sehen. Und als letztes nehme ich mir jetzt hier mein wirklich starkes Rosa bis fast schon leicht Lila. Und da mir die Farbe jetzt persönlich zu stark für das Rosa und Grün ist, stempele ich die Blume einmal ab und setze die dann überall, wo noch Platz ist, in die Zwischenräume. Und damit haben wir dann auch schon fertig gestempelt und können die Karte zusammensetzen. Dafür kann ich jetzt meine Stempelmatte weglegen und nehme mir meine drei Stücke in den Vanilleton. Jetzt, weil ich so einen leichten Kleber beziehungsweise nicht viel von dem doppelseitigen Kleber genommen habe, kann ich das relativ gut voneinander ablösen. Und mit meinem Flüssigkleber klebe ich jetzt die passenden weißen Stücke auf den vanillefarbenen Karton. Und nun können wir die Paneele wieder so aufeinander kleben, wie es vorher nur mit dem weißen Karton war. Ich achte dabei darauf, dass ich mir das vorher erst einmal anlege und schaue, dass der Abstand und die Motive jeweils gut zusammenpassen. Ein bisschen Fummelarbeit, da muss man immer erst mal ein bisschen gucken. Aber das geht. Und dann muss man natürlich schauen, dass man jetzt den Flüssigkleber nur auf der linken Seite und wenn man es umdreht, auf der rechten Seite aufträgt, weil man sonst den Kleber überall auf seiner Arbeitsplatte hat. Damit können wir jetzt die Karte schon zusammensetzen. Das heißt, ich nehme meine Kartenbasis und mein Aufleger aus Designerpapier. Und das Designerpapier klebe ich ebenfalls mit dem Flüssigkleber auf. Auch hier achte ich darauf, dass ich einen gleichmäßigen Rand bekomme und dann wird das Ganze einmal gut festgedrückt. Unser gestaltetes oder gestempeltes und zusammengesetztes Stück Papier kleben wir auf mit 3D-Formpads und die verteile ich jetzt einfach komplett über die Fläche. Wenn ihr dann die Folie von den 3D-Formpads entfernt habt, nehmt euch eure Karte und das Papierstück und dann lege ich das Ganze links an, lasse noch einen kleinen Rand von dem Designerpapier und klebe das Ganze auf. Drücke es ruhig an, damit die Formplätze richtig halten. Und das war auch schon die Karte. Mit dieser Technik habe ich auch schon eine andere Karte gestaltet, und zwar diese hier. Die gefällt mir sehr gut mit der Blüte und dem Spruch und meine Freunde verdoppeln die Freude. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!